Dann habe ich keine Lust, da ist wieder Kohle. Na, Diamanten wären natürlich besser, aber nehmen wir die Kohle auch mal mit. So, ich weiß es nicht. Wollen wir jetzt schon in die Mine oder als nächste Aufnahme? An die nächste Aufnahme, ich habe ja die Werte jetzt noch nicht. Die müsste ich mir dann erst mal holen. Die habe ich nämlich jetzt nicht hier. Ach, Mensch, ist mir genau in die Spitzhacke gelaufen. Davon muss ich sterben. Ah, es hätte weiterleben können, naja. Wollen wir mal drüber reden. Na, wollen wir mir jetzt mal die Eisenspitzhacke schrotten. Na gut, hat noch nicht gereicht. Und da ist ja noch mehr. Jetzt reicht es vielleicht. Ach so, wir sind jetzt hinter dem Dschungel. Ach so, das ist jetzt hier. Und hier in der Nähe müsste eigentlich auch die Mine sein. Ich guck mal. Vielleicht habe ich den Wert hier noch im Kopf. Wir laufen, glaube ich, in falsche Richtung. Ja, das ist irgendwo da hinten. Und dann 127, naja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Machen wir dann auf jeden Fall mal. Jetzt aber nicht mehr. Was ist denn das? Was ist ein Wald? Wieso ist das denn ein Wald? Wieso ist das jetzt hier ein Wald? So viele Bäume habe ich jetzt auch noch nicht gepflanzt. Komisch. Sind wir wahrscheinlich doch nicht da, wo wir vermutet haben. Ne, wir waren doch nicht da mit der Mine. Das stimmt jetzt nicht. Hm. Na gut, dann folge ich einfach mal dem Kompass. Schweine, lass ich jetzt mal. Ich habe eh kein Schwert. Eine Crafting Box mache ich mir jetzt auch nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ah, da waren wir... Ne, das kann ja auch nicht sein. Ach, ja, jetzt kommt wieder Winter. Mannschaft. Da ist noch ein Schaf. Bleibst du hier? So. Der mobile Volumat. Was war denn das jetzt? Ach, die Tastatur lag auf dem Mikrofon. Ach, wir sind jetzt wieder hier. Ist gut. Ich hatte schon gedacht, wir kommen jetzt irgendwie am Spawner raus, sogar. Aber der Wald war es dann doch nicht. Ach, komm, lass mal das Schwein leben. Ach, gut. Ich habe ja gesagt, der Spaziergang wird jetzt nicht so lange dauern. Hat sich auch ein bisschen verzögert wegen den Tieren. Gut, als nächstes würde ich sagen, ich mache erst mal die Kisten wieder in Ordnung. Also mit dem Zeug, was wir gesammelt haben. Und in der nächsten Aufnahme werden wir dann auf jeden Fall endlich unsere Minentour machen. Also beginnen, antreten, wie auch immer. Ich schäle jetzt erst mal wieder die Schafe. Hm. Gegen Monster könnte ich einmal wieder kämpfen. Könnte ich dann vorbereiten für die nächste Nacht. Hier müsste man dann auch langsam mal wieder Gras reinpflanzen. Da haben wir schon wieder 38 gesammelt. Beziehungsweise 30 ungefähr. So, das eine Gras, wollen wir denen mal gönnen. Da hin. Und da tun wir erst mal unser ganzes Zeug zurück. Oder weg. Das, das. Tür zu. Nicht, dass wieder ein Creeper kommt. Müsst jetzt erst mal gucken. Hier haben wir Wolle. Ach, und das noch. Dann hier das. Leder noch. Ich könnte mir eigentlich langsam eine Rüstung machen. Gucke ich mal. Also Stiefel. Dann Helm brauchen wir nicht. Oder Kappe heißt das ja. Nur eine Hose brauchen wir noch. Und jetzt erst mal anlegen. Jetzt haben wir vier Rüstungspunkte. Das ist jetzt sehr viel. Kürbis. So, Kürbis selber hier. Samen. Ach ja, aufs Feld gehe ich jetzt auch nochmal ganz kurz, wenn ich hier fertig bin. Zuckerrohr. Dann hier rein noch das. Das lasse ich hier. Das hier noch Fleisch. Ich tue ich da rein. Naja. So, Kohle noch. Kohle kommt auf jeden Fall wieder weg. Schlepp ich jetzt lange genug mit mir rum. Setzlinge. Ah, diese Art von Setzlinge hat man noch gar nicht gesammelt. Na, da setze ich den einfach mal. Dazu sind sie auch da. Und den Baum hier wollte ich ja anbrennen. Mach ich aber jetzt noch nicht. So, da setzen wir den Setzling in, also den Tannensetzling in mitten einer Wiese. Und zwar hier. Puh. Gut, dann gehe ich mal wieder hoch. Oder ich gucke. Na, geht eigentlich noch. Also jetzt muss man nichts mehr auslernen. Ich gehe jetzt erstmal hoch wieder. Aber ich glaube, ich wiederhole mich schon wieder zu oft. Hier war nichts mehr. Ich bin mir immer nicht sicher, ob ich hier noch was drin hatte. So, Ofenmäßig sieht es eigentlich ganz gut aus. Also ich meine jetzt von der Menge her. Vier Stück reichen erstmal. Wenn nicht, dann mache ich mir hier noch welche oben drauf. Ah, für das erste reicht das hier. Wenn wir dann in der Mine waren, dann brauchen wir vielleicht noch ein paar. Dann, wisst du was, ich ernte jetzt einfach hier alles. Mir ist jetzt egal, ob da was verloren geht. So. Mit ich jetzt dann auch endlich mal auf den Tisch habe hier. Hm, da wird es auch schon wieder Nacht gleich. Und da kämpfst du dann wieder mal gegen Monster. So. Zwei Melonen sind auch schon wieder gewachsen. Und da können wir uns natürlich jetzt reichlich Brot wieder backen. So, da gucke ich mal hier. Das noch. Hat mich auch schon öfter genervt jetzt. Ja, und wenn wir dann mal zu viel Samen haben, gehe ich einfach mal in die Hölle. Da kann man das in die Lava werfen. Was wir nicht brauchen. Und da müssen wir unsere Taschen ja schon wieder ausleeren jetzt. Hm. Jetzt sollte es nicht immer wachsen. Nur ein. Ach, ich kann es ja so machen hier. Jetzt habe ich natürlich wieder was verschwendet. Die schon gewachsenen Pflanzen sind jetzt wieder... Ah, Mensch. Ach, hier ist noch was. Gut. Ich tue einfach mal erstmal alles jetzt runter und dann hole ich Knochenmehl. Damit das ein bisschen jetzt vorangeht da oben. So, hier jetzt auf jeden Fall den Weizen hin. Die Kürbisse. Das Zeug. Melonen. Kommen hier rein. Die Holzfetthäcke brauchen jetzt nicht die Tüche rein. Dann... Dann... Gut. Haben wir das erstmal alles sortiert? Ne. Achso, das Knochenmehl wollte ich jetzt. Haben wir nur noch 16. Ich probiere es erstmal so. Hm. Und die Schafe fressen wieder fleißig. Das ist schön. Flangen sie sich wieder im Bauch voll. So. Hätten wir jetzt erstmal pflanzenmäßig genug. Das Zahntor würde ich ja auch noch hin machen. Das mache ich aber später. Ich mache mal wieder ein paar Knochenmehl hier. Und noch zwei. So. Wir werden jetzt eh gleich wieder Knochen sammeln, wenn ich dann auf Easy gehe. Gut. Dann gehe ich schon mal auf einfach. Ich mache mir erstmal ein paar Schwerter jetzt. Hier raus. Ich mache mir mal vier Stück. So. Hier hinten... ...haben wir noch zwei Bögen. Sonst nicht mehr so viel. Nur noch Spitzhacken und sowas. Also ich hätte jetzt an Schwertern gemeint. Bogen. Oh. Nur noch acht Pfeile. Ich müsste mir mal auch mal wieder welche craften. Äh. Erstmal die Spinne hier töten. So. Na komm her, du Creeper. Oh, jetzt ist er doch explodiert. Ich lasse das Loch jetzt. Ich habe keine Lust, das immer wieder aufzuarbeiten. Ich könnte dann eigentlich auch mal in die Hölle wieder gehen. Na komm, Zombie. Kommt her, ihr beiden. Oh, ich höre schon wieder eine Spinne von der Seite angreifen. So. So, und dann gehen wir mal in die Hölle jetzt kurz. Oh, dann mache ich hier, die noch tut. So, zu essen brauche ich wieder. Mensch. Das ist heute wieder schlimm. Oh ne, die Skelette. Lass ich jetzt mal. Hm. So. Ach, hier ist das. Und hier ist unser Bunker. Unser Schutzbunker. So, das Zombie-Schwein greif ich jetzt einfach mal an. Ist mir egal. Und mit dem Zombie-Schwein. Und mit dem Zombie-Schwein kommt man natürlich im Level sein. Das行了. Hier ist ja schnell hoch. Jetzt bin ich schon 25. Und eigentlich bin ich schon 25. Tschüss.